Mein Name ist Leo Martin. Das ist mein Arbeitsname. Als Geheimagent habe ich draußen im Feld operiert und V-Leute dazu gebracht, geheime Informationen mit mir zu teilen. Meine Jahre als Verfassungsschützer waren so streng geheim, dass noch nicht einmal meine Mutter von meiner wahren Tätigkeit erfahren durfte. Hallo Leo. Hallo. Wie heißt du in Wirklichkeit? Meinen bürgerlichen Namen, meinen echten Namen, den kennt nur das Finanzamt. Das war ein großer Fehler. Darum werde ich mich hier heute nicht outen. Rostiger Nagel interessiert? Wie wurdest du Geheimagent? Ich habe eine ganz klassische Polizeiausbildung gemacht, habe dann im ersten Jahr der Ausbildung schon gemerkt, okay, das ist cool für jetzt, aber das ist sicher nichts, was ich mein Leben lang machen werde und war dann aber in diesem Ausbildungsjahrgang von, ich glaube, wir waren 360 Männer und Frauen in diesem Jahrgang. Ich war der Allerbeste von denen in den Abschlussprüfungen und beim Start ist es immer so, wenn du vorne draufstehst auf so einer Liste, da gibt es für alles Rankings, dann meldet sich früher oder später jemand aus dem Innenministerium. So war es auch bei mir. Ich habe dann das Angebot bekommen, geh du zum Verfassungsschutz, studiere dort Kriminalwissenschaften, werde dann Operateur. Und das fand ich spannend und zwar gar nicht dieses Agent werden, Nachrichtendienstler sein, in die Operative gehen, sondern ich fand es viel spannender, diesen Ansatz, okay, jetzt nochmal ein Studium obendrauf zu setzen und es war dann tatsächlich auch so, das Studium Kriminalwissenschaften, das hat mich gefesselt, das hat mich gepackt. Das war genau mein Ding. Da habe ich mich viel besser gefühlt als bei der Polizei, denn mein großer Faible ist bis heute der Blick hinter die Kulissen, die Abgründe der menschlichen Psyche. Diesen Faible hat das Studium und die Arbeit danach auch sehr gut bedient. Mirella möchte von dir wissen, was ist ein Verfassungsschützer? Ein Verfassungsschützer ist ein Beamter im mittleren, im gehobenen oder im höheren Dienst, der also auf der Payroll des Staates steht, der unterhalb des Innenministeriums angesiedelt ist bei einer Landesoberbehörde, möchte ich mal sagen, dem sogenannten Landesamt für Verfassungsschutz oder der Dachorganisation, dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Und wir arbeiten mit nachrichtendienstlichen Mitteln, das heißt mit der Erhebung und Auswertung von Informationen, die wir auch verdeckt gewinnen dürfen, beispielsweise über den Einsatz technischer Mittel oder über den Einsatz von V-Leuten, also der Operation mit menschlichen Quellen. Und unser Auftrag ist es, in sich ganz bewusst abschottende Organisationen einzudringen. In meinem Fall war das die Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Das macht nicht jedes Bundesland in Deutschland, aber so eine Handvoll machen das. Die ganz klassischen Bereiche des Verfassungsschutzes sind die Beobachtung und damit auch die Abwehr von extremistischen Organisationen. Ganz egal, ob das der Linksextremismus, der Rechtsextremismus oder der Ausländerextremismus ist. Und eine Spezialität ist auch noch die Spionageabwehr und die Counterspionage. Jasmin 303 möchte von dir wissen, was war dein Alibi-Beruf? Als Operateure beim Geheimdienst sind wir meistens als Projektmanager unterwegs. Und nicht, weil man da eine Legende hat, die flexibel gestaltbar ist, die einen klaren Beginn hat und ein klares Ende, sondern weil von dir außer Methodenwissen im Zweifelsfall nichts erwartet wird. Ich habe einen V-Mann geführt, dessen großes Hobby und dessen große Leidenschaft war es, Partys auf teuren Yachten zu feiern, zusammen mit seinem Umfeld. Und hätte ich jetzt behauptet, ich wäre Captain zu See, dann hätte mir passieren können, dass ich nach der zweiten, dritten Frage aufplatze, das selbst noch gar nicht merke, weil mein Gegenüber den Eindruck hat, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn er von was überhaupt keine Ahnung hat, dann ist das Nautik, es sind Schiffe, es sind Fische, es ist Wind und Meer. Und wenn du mit der Projektmanager-Legende ansägelst, dann bist du quasi unsinkbar. Sieböhr fragt, wie wurde dein Gehalt bezahlt und was stand auf der Überweisung? In unserem föderalen System ist innere Sicherheit ja Ländersache. Das heißt, mein Dienstherr war das bayerische Staatsministerium des Inneren. Mein Gehalt kam aber aus irgendeiner Landeskasse des Freistaates Bayern, was da so genau drauf stand. Es ist länger her, ich kann es dir nicht mehr sagen. Unkontrollierbarer Veganer möchte von dir wissen, wie viel hast du verdient? In etwa das, was auch ein Polizist beim Land oder beim Bund verdient, vielleicht noch mit einer kleinen Sicherheitszulage und werde in etwa mit 2000 Euro netto nach Hause gegangen sein, jeden Monat. Wobei man da wissen muss, da geht noch die private Krankenkasse davon ab. Also als Agent, da wirst du nicht reich und zum Millionär, da brauchst du ein paar hundert Jahre. Honolulu möchte von dir wissen, inwiefern beeinflusste dein Beruf dein Privatleben? Ich bin Turner, auch nach wie vor von der Idee her, vom Geist her, von der Seele her. Habe selbst dreimal die Woche trainiert, hatte freitags noch meine eigene Jugendgruppe und mit dem Schritt zum Nachrichtendienst hat das alles auf einmal aufgehört und gelitten. Du bist auf einmal nicht mehr commitmentfähig. Mein Hauptfokus war dort, wo der Fall war, meine Zielperson war und der Einsatz ist dann, wenn er erforderlich ist und das ist nicht mehr planbar, das Leben auf einmal. Oder stell dir vor, der Geburtstag von einem sehr guten Freund, du hattest drei Jahre in Folge zugesagt und dann kurzfristig absagen müssen. Dann sagst du zum 40. diesmal aber wirklich und dann knallt wieder ein Fall rein. Also irgendwann passiert folgendes, irgendwann schrumpft der Freundeskreis. Das fällt derer, denen gegenüber du dich öffnen möchtest und kannst. Das wird immer kleiner. Ich habe dann am Schluss einen Kern von drei sehr, sehr guten, drei sehr, sehr engen Freunden gehabt und außen herum ist im Grunde alles weggefallen. Selbst meine eigene Mutter wusste nicht, was ich zehn Jahre lang für einen Job gemacht habe. Die ist aus allen Wolken gefallen, als sie dann erfahren hat, was ich gemacht habe. Sie hat dann zwei-, dreimal am Tag, jeden Tag angerufen, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Und das war zu einem Zeitpunkt, als ich schon zwei Jahre raus war aus dem operativen Geschäft. Und auch hier gilt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist, weil ich nur die echt leben kann. Das heißt, ich habe erzählt, ich arbeite für das Innenministerium, was ja im weitesten Sinne stimmte. Ich habe erzählt, wir machen Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität, was ja auch im weitesten Sinne stimmte. Ich habe das aber so langweilig erzählt, dass es möglichst nach Schreibtischjob klang, machen, dass also möglichst keine Nachfragen kamen. Wenn eine Nachfrage kam, dann gab es die Gag-und-Weg-Strategie. Und wie geht die Gag-und-Weg-Strategie? Laut der Spruch, kleiner Lacher, keine Antwort. Also wusste niemand, was du wirklich machst? Es gibt eine einzige Ausnahme und die Ausnahme ist die Partnerschaft. Mein Job war es, Vertrauensmänner im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben. Und das heißt, der V-Mann ist im Fokus, rund um die Uhr. Und drum lagen neben meinem Bett teilweise zwei, drei Handys. Die klingen dann auch mal nachts. Und dann gehst du raus zum Telefonieren. Dein Partner darf nicht mithören. Du kommst nach 20 Minuten zurück, kannst nicht erzählen, was du gerade besprochen hast. Oder du bist weg. Zwei Stunden. Oder zwei Tage. Wenn du da keine schlüssige Erklärung hast, da ist klar, wer ist der Auftraggeber, in welchem Bereich bin ich in etwa eingesetzt. Aber natürlich wird hier auch nicht über Zahlen, Daten, Fakten, konkrete Fälle oder Namen gesprochen. Sondern auch hier werde ich den Ball schön flach halten. Einfach, dass auf der anderen Seite kein Kopfkino losgeht. Und man in einem Sorgendrama endet am Schluss. Aichi Paichi möchte von dir wissen, fühlt es sich so an, als würdest du zwei unterschiedliche Leben führen? Das fühlt sich nicht an wie eine multiple Persönlichkeit. Du musst auch nicht schizophren sein, um in verschiedenen Welten zu leben. Sondern die Arbeitspersonalien, die Legende, unter der ich an meine Zielperson ansegle, das ist einfach Handwerkszeug. Das gehört zur Arbeit. Wie ein Bäcker in der Früh um drei aufsteht, wird seine Rezepte für seine Brötchen und für seine Semmeln auswendig wissen. Der muss da nicht nachlesen. Und genauso können wir unsere Legenden abrufen. Das geht aus dem FF. Nikon D610 fragt dich. Wie kann man sich den Alltag eines Geheimagenten vorstellen? Als Operateur beim Geheimdienst, wenn du Beschaffer bist, also jemand, der über V-Leute, über menschliche Quellen, Informationen ins Haus holt, dann hängt davon ab, in welchem Feld, in welchem Bereich du unterwegs bist. Vielleicht fünf V-Leute, die dichter an einer Organisation sind. Hast du V-Leute, die nur in der Nähe eines spannenden Umfeldes sind, können das auch mal zehn oder zwölf sein. Die werden in der Regel in der Woche ein, zwei, in heißen Phasen sogar dreimal getroffen. Das heißt, du kommst in der Früh auf deine Dienststelle ins Hauptquartier. Das ist oft eine verdeckte Dienststelle. Dann gibt es eine kurze Lagebesprechung, das Update im Operation Room. Und dann geht es raus ins Feld zum V-Mann. Informationen werden geholt und dann an den Schreibtisch. Der Bericht wird verfasst, zusammen mit einem Team, Ermittlungsstrategie, Taktik festgelegt. Ich habe meine Jungs irgendwo abgezogen aus ihrem Alltag, habe sie in mein Auto gesetzt. Wir sind dann irgendwo hin 30, 40, 50 Kilometer gefahren an einen Ort, an dem ich davon ausgehen konnte, hier ist jetzt niemand, der dich kennt, hier ist niemand, der mich kennt. Im Auto, Smalltalk, den anderen sich warmreden lassen, den Fokus auf Gemeinsamkeiten legen, das heißt Beziehungsarbeit leisten und vor Ort mit Fokus und Konzentration aufs Wesentliche gab es dann das sogenannte Abschöpfgespräch. Das heißt, da habe ich mir die Informationen geholt vom V-Mann, die für unseren Bereich Analyse und Fallführung wichtig waren. Wie kommst du bei neuen V-Männern an die erste Information? Die erste Information, das ist die schwierigste. Ich habe immer relativ schnell die Karten auf den Tisch gelegt. Ich arbeite für den Nachrichtendienst. Wir wollen, dass du für uns arbeitest. Ich weiß, was ich jetzt, wenn ich nachschauen würde, in deiner Lagerhalle finde. Aber weißt du was? Es interessiert mich nicht. Wir haben ein anderes Ziel. Du wärst der perfekte Mann dazu. Das ist eine Schocksituation fürs Gegenüber. Das heißt, da ist auf einmal Insiderwissen auf dem Tablett, von dem der bis zu der Sekunde gedacht hat, es ist privat. Und es bringt ihn dazu, sich auf weitere Treffen mit mir einzulassen, weil er Sicherheit zurückgewinnen muss. Was wissen die wirklich? Was wollen die wirklich? Wo führt das hin? Wie komme ich da wieder raus? Und darauf habe ich noch keine einzige Information, sondern werde angelogen wie gedruckt. Die kennen niemanden, die haben nie von irgendetwas gehört, die wissen von nichts. Aber irgendwann kommen die von selbst auf die Idee, dass sie uns testen könnten. Das tun sie irgendwo außerhalb der eigenen Organisation, wird dann irgendwann der erste Mitbewerber, eine gegnerische Organisation beispielsweise, die mit demselben Stoff dealt oder dasselbe Geschäftsmodell fährt, ans Messer geliefert. Und jetzt kommt der wichtigste Moment. Jetzt muss mein V-Mann ein Erlebnis machen. Nämlich das Erlebnis, das, was der Leo versprochen hat. Die Information, die du mir gibst, wird nie im Leben zu einem Nachteil für dich führen. Das muss er jetzt erleben. Jetzt das erste Mal, aber konsequent weiter bei jeder kleinsten Information, die er mir gibt. Das heißt, es gibt nicht sofort Zugriffsmaßnahmen. Er gerät nicht unter Verdacht. Er wird nicht hinterfragt. Es klicken nicht die Handschellen. Kein Blaulicht irgendwo. Also für ihn geht das Leben weiter wie bisher. Dann kriegst du mehr Informationen außerhalb der Organisation zum Mitbewerber. Das heißt, du hast hier so ein bisschen den Bock zum Gärtner gemacht. Aber irgendwann, und das wird von selbst passieren, haben sie einen schwachen Moment und fühlen sich innerhalb der Organisation irgendwo unfair behandelt, über den Tisch gezogen oder jemand anders hat das bessere Geschäft gemacht. Und jetzt erfährst du das erste Mal etwas aus der eigenen Organisation heraus. Und jetzt müssen sie wieder konsequent das Erlebnis machen. Diese Information, die sie hier geteilt haben, sie führt nicht zu einem Nachteil. Es geht alles weiter wie bisher. Und irgendwann kann man sich dann sein Sichtfeld Stück für Stück erweitern. Und das ist ein Prozess, der ist vielleicht schwierig nachzuvollziehen. In der Praxis funktioniert der erstaunlich schnell. Also ich habe selten länger als 8 oder 12 oder 16 Wochen gebraucht. Dann hatte ich sie alle. Didi 96 möchte von dir wissen, wie werden mögliche Gefährder genau gefunden? Die Geheimdienste arbeiten hier anders, als die Polizei das tut. Die Polizei braucht, um Straftaten zu verfolgen, einen sogenannten Anfangsverdacht. Und den brauchen wir beim Verfassungsschutz nicht. Wir haben sogenannte Beobachtungsbereiche, Beobachtungsfelder. Und das sind, wie gesagt, der Linksextremismus, Rechtsextremismus, Ausländerextremismus, Spionageabwehr und in Teilbereichen auch die organisierte Kriminalität oder die Scientology-Organisation. Und dort dürfen wir flächendeckend präsent sein. Und zwar, ob da gerade was passiert oder nicht. Wir sind vor Ort und fahren dort das sogenannte Seismographensystem. Das heißt, sobald etwas geplant, ausgeheckt oder unternommen wird, wir kriegen sofort davon mit. Und so bekommt man auch relativ schnell mit, wer sind die Gefährder, wer sind die neuen Köpfe, die dort auftauchen. Wer sind die Figuren um die hauptsächlich relevanten Zielpersonen außenrum, die auch an deren Potenzial oder deren Wert für uns in der Beobachtung zunimmt. Und wie kriegt ihr davon mit? Entweder über technische Überwachungsmaßnahmen, aber das ist tatsächlich nicht der Löwenanteil, sondern wir haben V-Leute in den Szenen, die wir regelmäßig kontaktieren, die für uns die Augen und Ohren offen halten und die bereit sind, Informationen mit uns zu teilen. Dode fragt, wie hast du dich auf deine V-Leute vorbereitet? Informationsbeschaffung, Recherche, das ist das A und O. Das heißt, alle Informationen, die behördenmäßig irgendwie zu erlangen sind, lagen auf meinem Schreibtisch. In unserem Bereich geht es dann sogar noch eine Ecke weiter über Observationen. Beispielsweise hat man dann irgendwann ein sehr genaues Kontaktbild, Bewegungsbild, Interessenbild. Und damit kann man dann relativ gut arbeiten. Aber die Person ist zu diesem Zeitpunkt nur eine Aktenlage für mich. Da menschelt es noch nicht. Und irgendwann muss man dann in den ersten Kontakt gehen, irgendwo im Umfeld der Zielpersonen, in einem Bereich, in dem sie isoliert ist von der Szene, für die wir uns interessieren. Das kann bei einer sportlichen Aktivität sein. Das kann auf einem Reiseweg sein. Und beim ersten Kontakt ist dann der Fokus drauf, okay, wie verhält sich die Person? Was hat sie für Besonderheiten, für Eigenschaften, für Eigenheiten? Da wird sie dann das erste Mal spürbar. Wie viel verdient man als V-Mann oder Frau? Als V-Mann oder V-Frau, da wirst du nicht reich. Sobald V-Leute merken, dass der Gehalt an Informationen, den sie abliefern bei uns, dass der mit Geld aufgewogen wird, da wird nämlich eine Sache passieren. Die Geschichten, die du hörst als V-Mann-Führer, die werden immer wilder werden, immer spannender und immer teurer natürlich. Und die werden immer auch gespickt sein mit Informationen, die du tatsächlich überprüfen kannst. Das heißt, jeder Name, jede Telefonnummer, jede IP-Adresse, jedes Kennzeichen, das genannt wird, das wird in der Realität schon existieren. Aber das, was uns eigentlich interessiert, die Beziehungen zwischen den einzelnen Informationen, was geplant wird, das wird sehr bald mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ich muss meinen V-Mann weg vom Geld bringen und weg von der Idee Geld hin zur Beziehung mit mir. Ich muss ihn dazu bringen, dass er es für mich tut und unkritisch oder relativ unkritisch beginnt, Aufträge zu erteilen. Haben sich linke V-Männer von rechten V-Männern unterschieden? Die Arbeit in der linken Szene und die Arbeit in der rechten Szene, die unterscheiden sich fundamental. Die linke Szene, die ist anti-autoritär, die ist anti-Staat, die kriegen Pickel, wenn sie eine Uniform sehen und da langt das, wenn das eine Feuerwehruniform ist. Das heißt, hier als Vertreter einer Sicherheitsbehörde zu kommen, zu versuchen, einen V-Mann, einen Informanten aus der Szene herauszubrechen, das ist richtig harte Arbeit. Da geht man strategisch anders vor. Ich nehme eine Person, schicke oder schiebe sie in die Organisation und baue sie darin auf. Und im rechten Bereich, da mag man einen starken Staat. Da kann man mit Autorität sehr gut umgehen. Und hier ist es sehr viel leichter, jemanden aus der Szene herauszubrechen, zu überwerben, ihn umzudrehen, um dann Informationen zu kriegen. Neben dem Anwerben von V-Leuten ist die Informationsbewertung vielleicht das sensibelste und manchmal auch schwierigste Geschäft innerhalb der Nachrichtendienste. Also wir nehmen nicht alles, was V-Leute uns bringen, einfach für bare Münze. Auch nicht alles, was wir hören und abholen, können wir für bare Münze nehmen, sondern wir müssen jede Information auf zwei Ebenen bewerten. Zum einen bewerten wir jeden V-Mann für sich als Person. Wie berichtsehrlich hat der sich in der Vergangenheit gezeigt? Informationen, die der gebracht hat, haben die sich überprüfen lassen? Waren die deckungsgleich mit Informationen aus anderen Bereichen? Teilweise lassen wir die V-Leute auch Situationen durchlaufen, die wir inszenieren oder auf jeden Fall sehr genau kontrollieren und beschreiben können. Und dann hat man ja einen Blick drauf, okay, und was für ein Bericht kommt jetzt da zurück? Und die haben immer unschärfend die Berichte und dann gilt es einfach zu bewerten, ist das jetzt ein Beobachtungsfehler, ist das ein Bewertungsfehler, also ein Interpretationsfehler oder ist da vielleicht eine Absicht dahinter? Ist die Absicht verwerflich, weil sie zum eigenen Vorteil dient oder ist es ein kleines Aufwerten des eigenen Egos? Also jeder V-Mann wird bewertet für sich und jede einzelne Information von jedem einzelnen V-Mann wird auch nochmal selbstständig bewertet und Informationen gehen in der Regel erst nach draußen, wenn sie von zwei, am besten von drei Quellen bestätigt sind. Musst du deinen V-Mann im Prozess vor der Polizei schützen? Die Polizei und die Häuser für Verfassungsschutz haben eine komplett unterschiedliche Ausgangssituation. Die Polizei, die unterliegt dem sogenannten Legalitätsprinzip. Das heißt, wenn sie von einer Straftat erfahren, sie müssen einschreiten, sie haben keinen Ermessensspielraum mehr. Das heißt, sie können mit einem Staatsanwalt verhandeln, dass man mal vier, sechs, acht Monate verdeckt ermittelt, bevor man dann sichtbar wird. Aber sie können nicht wegschauen. Beim Verfassungsschutz unterliegen wir dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das heißt, wir haben keinen Handlungszwang, sondern wir haben ein pflichtgemäßes Ermessen. Das räumt uns einen gewissen Spielraum ein. Das heißt, bei relativ einfachen Delikten, wenn wir uns im Vergehenstatbestand bewegen, können wir wegschauen. Ab der Sekunde, ab der wir im Verbrechen sind, haben auch wir einen Handlungszwang, dem wir unterliegen. Und da ist ein gewisses Spannungsfeld zwischen der Polizei und den Nachrichtendiensten, weil wir V-Leute führen können bei den Diensten, gegen die die Polizei vorgehen müsste, wenn sie all das Wissen hätte. Und hier ist tatsächlich ein Spannungsfeld. Hier ist ein Gap. Hier gibt es Konflikte. Polizei und Verfassungsschutz sprechen hier nicht eine Sprache. Und da ist eine ganz natürliche Stelle, wo es immer Reibung gibt. Aber diese Reibung ist in einem gewissen Niveau, das man managen kann, das der Rechtsstaat auch so vorgesehen hat in seinen Gesetzen und in der Rechtsprechung. JPB möchte wissen, was war denn eine gefährlichste Operation? Ich habe einen V-Mann geführt, der sehr, sehr redselig war. Also über sein Privatleben, da wusste ich alles, über seine Affären und Frauengeschichten. Da hat er mir das Ohr blutig gelabert. Und wenn es ums Eingemachte ging, das, was uns wirklich interessiert hätte, unseren Bereich Analyse, Fallführung, da hat er schon sehr viel genauer unterschieden, was er sehen lässt und was nicht. Aber da kamen immer genug Informationen, dass man gut damit arbeiten konnte und dass ich Erfolg ins Haus fahren konnte. Und dann gab es aber einen Tag, an dem war alles anders. Er wusste, aus welcher Richtung ich anfahren würde, stand mit dem Rücken zur Fahrbahn, macht die Tür auf, setzt sich rein zu mir, kein Gruß, kein Blickkontakt. Ich sage Hallo, keine Antwort. Er schaut nach rechts zum Fenster raus. Ich frage du, was ist los mit dir? Und er sagt nichts. Und irgendwann sitzen wir auf einem Stapel Holzbretter an einem Waldrand und nach einer gefühlten Ewigkeit beginnt er das Gespräch mit, Leo, weißt du, warum ich heute nicht rasiert bin? Und ich habe mir noch gedacht, Gott sei Dank, endlich macht er den Mund auf und redet mit mir und sagt, du, keine Ahnung, hast verpennt. Fand er null witzig, ja, sein Hals, der war schon rot. Dann hat er Stressflecken bis zur Stirn hochbekommen und sagt zu mir, nein, ich habe mich heute Morgen nicht rasiert, weil ich mich im Spiegel nicht anschauen konnte. Ich habe das Bild nicht ertragen. Und dann siehst du, nur ist hier pocht. Und Schweigen. Was war passiert? Eine typische Situation, die man als Operateur kennt. Der V-Mann ist in seinen Verräterkomplex, nennt man das im Jargon, zurückgefallen. Das heißt, die Organisation, in der er lebt und arbeitet, die hat ihre Werte. Verschwiegenheit und Loyalität sind die zwei wichtigsten Werte. In der Zusammenarbeit, ich habe dieselben beiden Werte auch aufgestellt. Die heißen jetzt aber ganz was anderes. Das heißt, der V-Mann ist unter Druck, wie so ein Teekessel, der kein Ventil hat, um sich abzureagieren. Und das sind Situationen, da sitzt du mit einem Typen am Waldrand, der Hals pocht, die Augen werden glasig und du weißt, okay, jetzt kann gleich alles passieren. Winistro interessiert. Hast du jemals jemandem eine Liebesbeziehung vorgespielt, um an Information zu kommen? Bei den Ostblock-Nachrichtendiensten hat man das die sogenannten Adam- und Eva-Operationen genannt. Wenn man einen Sexualpartner, das waren oft Prostituierte, ganz egal, ob männlich oder weiblich, an eine Zielperson herangespielt hat, also meine Einsätze, die haben an der Bettkante aufgehört. Ich habe auch keine Liebesbeziehungen vorgespielt. Westliche Nachrichtendienste, können wir davon ausgehen, machen das heute nicht mehr. Ich kenne keinen Fall, ich kenne auch keinen Kollegen, für den das ein adäquates Einsatzmittel gewesen wäre. Stefan Becker möchte von dir wissen, was war deine wichtigste Spionageausrüstung? Also am Körper als Agent, da hast du relativ wenig dabei. Manchmal nicht mal einen Dienstausweis, sondern maximal irgendwelche Pässe, Personalausweise, die auf Arbeitspersonalien ausgestellt sind. Verdeckt fotografieren aus Knopflöchern, aus Taschen heraus oder videografieren, das hat zum Standard gehört. Ich habe es hier rumliegen sehen, das war eine meiner kleinen Geheimwaffen. Gaffer-Tape immer am Mann. Ich habe das immer folgendermaßen gelöst. Das ist oft eine schnelle Lösung, um einen Klebestreifen beispielsweise in ein Türschloss zu kleben, damit die Tür zwar zufällt, aber nicht mehr ins Schloss fällt, um beispielsweise einen Fluchtweg offen zu halten oder aber um schnell mal eine Kamera zu platzieren, ein Tool, das zu Bruch gegangen ist, zu reparieren. Also das waren die kleinen unsichtbaren Helfer, vielleicht etwas unspektakulärer, als unser Zuschauer sich das gedacht hat. Jimbo Gollners interessiert da. Über welche Wege hast du kommuniziert? Das ist in der Regel eine Mobilfunknummer. Die Zielperson hat ihr Handy ganz normal. Natürlich hat nicht jeder V-Mann denselben Verbindungsweg zum Operateur, sondern operative Nummern werden geschützt und sind in der Regel nur für ein oder zwei Kontakte angelegt. Und das ist der Hauptverbindungsweg. In den meisten Fällen, wenn eine Zusammenarbeit zwischen V-Mann und Nachrichtendienst dann tatsächlich gelungen ist und auf lange Zeit angelegt ist, gibt es in der Regel auch noch eine operative E-Mail-Adresse, die immer erreichbar ist während der Lebenszeit des V-Mannes. Das ist relativ einfach. Die Kernkompetenz der Landesämter für Verfassungsschutz ist es, sich in bewusst abschottende Organisationen hineinzuhacken, um Informationen herauszuziehen. Das heißt aber auch, da muss eine Organisation da sein, die ein großes Netzwerk hat, die Werte teilt, die kommunizieren. Und das war im Fall NSU eben nur eine Gruppe aus drei, die sich nicht ihrer Taten gerühmt hat nach außen. Darum waren die relativ schwierig zu detektieren. Wir hatten auch das Thema, wir haben hier zig verschiedene Tatorte in zig verschiedenen Bundesländern gehabt. Und obwohl in je oder in der überwiegenden Anzahl der Bundesländer riesengroße Sokos der Polizei auf diese Straftaten, die da passiert sind, gesetzt worden sind, war NSU eben besser, stärker, cleverer, gewiefter, unterm Radar, ich möchte schon sagen, fast unterm Teppich. Und sicher haben sie auch an ganz vielen Stellen Glück gehabt, bis zum Ende, da eben nicht mehr. Yannick Schillings möchte wissen, kamst du durch deine Tätigkeit jemals in tiefe moralische Konflikte? Ich habe was Gutes getan. Ich habe V-Leute geführt, um unsere Rechte und Freiheiten zu schützen und musste nie, und zwar kein einziges Mal, über eine moralische Hürde springen. Das heißt, ich war rund zehn Jahre dabei. Ich habe jede einzelne Nacht gut geschlafen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal hier. Und wenn euch interessiert, warum Dr. Marc Benecke als Forensiker Hitlers Schädel untersucht hat, dann klickt hier.